Moin Niedersachsen! Hier ein weiterer Punkt für ein starkes Niedersachsen 2021. Was würde passieren, wenn Herr Friedhoff Landesvorsitzender würde? Es würde auf alle Fälle erstmal eins passieren, dass wir wieder Jugend aufbauen müssen in unserer Partei. Die Jugend ist die Zukunft unseres Landes und unserer Nation. Wir können also nicht Politik vorbei an der Jugend machen. Wir müssen auch nicht Politik für Jugend machen. Wir müssen Politik gemeinsam mit Jugendlichen machen. Unsere Partei muss jünger werden, zukunftsoffener werden, mutiger und innovativer. Und deswegen brauchen wir junge Menschen, die mit offenem Geist und lachendem Gemüt andere Menschen wieder begeistern, zu uns zu kommen. Mit der Jugend können wir wachsen. An der Jugend können wir wachsen. Und deswegen, und das ist das Wichtigste, müssen wir mit der Jugend gemeinsam die Themen der Zukunft besetzen, verstehen und umsetzen. Und das ist das ganz große Plus für die Zukunft. Gewinnen wir die Jugend. Die Jugend ist unsere Zukunft. Und mit der Jugend gemeinsam schlägt unser Herz für die Heimat.